Guten Tag meine Damen und Herren, es mag etwas überraschend klingen, aber ich hatte eigentlich nicht vor, die Musik von Franz Liszt in diese Reihe dieser Woche hineinzunehmen, welche der Virtuosität gewidmet ist. Denn ich wollte den Fokus auf reine Virtuosität legen, das heißt auf die Verherrlichung der Technik des Musizierens, von dem mentalen Anfang bis zur akustischen Verwirklichung. Wenn man sich überlegt, was dem Wesen von Liszt's Musik wirklich zugrunde liegt, kann man sich eine Basis vorstellen, in der es für Ausdruck, Empfindung und Stimmung besonders viel Platz gibt, aber keinen für Technik. So faszinierend diese zu sein vermag. Ich glaube aber, eine seltene Ausnahme erkannt zu haben. In seiner Fantasie über den Namen B.A.C.H. steht wieder die Technik im Mittelpunkt, nämlich in der Form der Frage, was kann man mit diesen vier Tönen verwirklichen. Das ist ja eine technische Frage. Ich möchte Ihnen einen Ausschnitt meines Konzerts vor ungefähr zwei Jahren in Bayreuth zeigen, in dem ich dieses und einige andere weniger häufig gespielte Werke von Franz Liszt zur Aufführung brachte. Das ist ja eine Technik im Mittelpunkt, nämlich in der Form der Frage, was kann man mit diesen vier Tönen verwirklichen. Das ist ja eine Technik im Mittelpunkt, nämlich in der Form der Frage, was kann man mit diesen vier Tönen verwirklichen. Das ist ja eine Technik im Mittelpunkt, nämlich in der Form der Frage, was kann man mit diesen vier Tönen verwirklichen. Amen. 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 Amen.